Ich freue mich sehr über die Einladung von Olaf Jastrow vom DEW, dass ich heute hier bei Adidas zu Gast sein darf, bei dem Deutschen Expertenrat für Besuchersicherheit und hier mal Software, was ich das Krisenmanagement vorstellen kann. Der Austausch mit den anderen Experten ist super spannend und ich hoffe, dass ich den Kollegen auch ein bisschen Anregungen für ihre Arbeit habe mitgeben können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020